Hallo Leute und herzlich willkommen bei NerdFallmedizin. Diesmal gibt es etwas, was sich sehr viele von euch gewünscht haben. Viele von euch haben uns geschrieben auf Facebook, auf unserem WhatsApp-Newsletter, per Website, auf Twitter und so weiter und so fort und haben sich Fälle gewünscht und haben gesagt, sie wüssten gern, wie wir so Situationen abarbeiten, was uns so passiert in der täglichen Praxis. Naja, Philipp und ich, wir fanden die Idee eigentlich ganz cool und haben uns nur überlegt, es gibt zwei Probleme, auf die man aufpassen muss. Das eine ist der Datenschutz. Wir möchten natürlich das Vertrauen, das unsere Patientinnen und Patienten in uns setzen oder fast setzen müssen. Auf keinen Fall missbrauchen und es gibt ja die Regelung der ärztlichen Schweigepflicht, auch die werden wir auf keinen Fall verletzen. Das zweite ist, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir irgendwie unsere Heldengeschichten erzählen, sondern wenn, sind es ja Fälle, wo ihr was daraus lernen könnt, wo wir was daraus gelernt haben und wo wir vielleicht gemeinsam darüber sprechen können. Und das war auch das, was wir uns überlegt haben. Einerseits sind die Fälle so oder so ähnlich vor kurzem oder vor längerer Zeit passiert und wir werden sie jedenfalls so ändern, dass kein Mensch das auf sich beziehen kann. Egal wie abgefahren die Situation ist, Alter, Geschlecht und so weiter und so fort, die Städte, die Uhrzeiten und so, es werden alle so weit verändert. Die Learning Points, also das, was man aus dem Fall mitnimmt, die bleiben aber erhalten. Und das zweite ist, wir versuchen euch zu Diskussionen anzuregen und bringen nicht die Fälle, wo wir die Superhelden waren und alles super lief, weil davon habt ihr wahrscheinlich auch genug und das bringt niemandem was, sondern wir wollen euch die Fälle bringen, die uns richtig in die Bredouille gebracht haben. Und was ganz wichtig ist, wie immer, gebt uns Feedback, erzählt uns, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht? Diskutiert mit uns über den Fall oder euer Vorgehen oder ob ihr etwas Ähnliches erlebt habt. Okay, los geht's. Erster Fall. Das war wahrscheinlich vor ziemlich, ziemlich langer Zeit in meiner Rettungsdienstzeit ein ganz normaler Einsatz in der Nacht. Und zwar der Einsatz hieß Schlägerei in einer Bar. Und wir kamen da so hin mit dem Rettungswagen und sind da so rein. Und das erste, was schon irgendwie ein bisschen auffällig war, das war so ein bisschen so eine Assi-Bar. Also sowas, wo man sich schon überlegt, da würde ich jetzt wahrscheinlich ungern reingehen und jetzt am Freitag in der Nacht ist das jetzt nicht so die allercoolste Situation, wo man selber rein möchte. Das Gute war, da waren zwei Polizisten, die waren relativ entspannt. Die sind da so rumgestanden, die waren jetzt nicht besonders motiviert, aber auch nicht besonders aufgeregt. Und das hat uns auch entspannt, also sind wir da mal so rein. Und da so durchgedrängt durch die Leute springt uns gleich irgend so ein offensichtlich Beteiligter, oder wissen wir nicht genau, entgegen und brüllt uns an, ja, wo bleibt ihr, wo bleibt ihr? Da ist doch einer, der hat was abbekommen. Und wir so, okay, ja gut, versuchen die Situation zu beruhigen und gehen halt dort ins hinterste Eck von der Bar. Ziemlich verwinkelt, ziemlich viele Leute, kaum Platz, alles eng, alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Hinter uns so ganz entspannte zwei Polizisten. Dann finden wir so einen jungen Mann, der liegt so oder sitzt so an den Boden, also an die Wand gelehnt. Sitzt so am Boden, an die Wand gelehnt und schaut so ein bisschen leidend. Wir versuchen den anzusprechen, er reagiert offensichtlich, aber er versteht kein Wort. Und das Problem ist, dieser eher sehr, wie soll man sagen, agitierte, vielleicht auch leicht angetrunkene junge Mann, der uns vorher so fast vorwurfsvoll angesprochen hat, warum wir nur dreieinhalb Minuten gebraucht haben und nicht in zwei Sekunden vor Ort waren. Das war der einzige Übersetzer. Naja. Also was wir so rausfinden konnten, ist, dass der Patient offensichtlich ein paar abbekommen hat von irgendeiner gegnerischen Gruppe. Das war nicht ganz so ganz klar rauszufinden, was das jetzt war, woher die kamen und so. Aber offensichtlich waren die weg. Okay. Und ich habe ihn so untersucht und das war ganz schwierig, war relativ schwierig, weil es sehr laut war. Also irgendwas an auskultieren oder so, konnte man da gar nicht denken. Die Polizisten haben sich weiter so eher uninteressiert da in der Gegend umgeschaut und es war jetzt sonst auch nichts zu sehen. Naja gut. Also habe ich mir gedacht, jetzt versuchen wir mal das ABC. Also A, der hat offensichtlich gut geschnauft, der Atemweg war frei, da kam jetzt kein Blut raus, die Atmung war unangestrengt, also ein akutes B-Problem hat er auch nicht gehabt. In der Puls-Oxymetrie so eine Sättigung von 94 ungefähr, so ein bisschen zittrige Kurve. Blutdruckmessen, also unser Defi-Gerät hat jetzt nicht so toll gemessen, der hat auch die ganze Zeit so ein bisschen herumgezappelt. Aber Radialis-Puls war tastbar und der war jetzt nicht massiv blass, also dachte ich, kein akutes C-Problem. D, naja, war so ein bisschen verhangen, aber es war auch nicht klar, weil die haben schon ordentlich getrunken gehabt. Und er hat ja wohl ein Paar ins Gesicht bekommen, war so die Geschichte. Und eh, wenn ich ihn mir so angeschaut habe und versucht habe, irgendwie Verletzungen zu sehen, hat er so ein paar Prellmarken im Gesicht gehabt, aber jetzt keine massive Blutung. Und ich muss ehrlich sagen, ich war da relativ entspannt und habe gesagt, naja, also ist halt so. Hat halt ein Paar abbekommen, jetzt komm. Aber irgendwie wollte er nicht aufstehen. Da habe ich mir gedacht, aha, spielt er jetzt irgendwie verletzt, tut er jetzt so. Irgendwie war ich da so mit der Situation unzufrieden, war auch eine komische Stimmung da in der Bar. Und dann dachte ich, jetzt nehme ich ihn doch so, umarme ihn quasi und hilf ihm hoch. Jetzt kommen's, los geht's. Und dann greife ich ihn und irgendwie denke ich mir, das fühlt sich komisch an. Ziehe die Handschuhe nach vorn und dann sind die voller Blut. Dann habe ich mir gedacht, hm, Moment. Dann haben wir den Patienten so auf den Boden gerutscht und gedreht. Und hinten auf der Rückseite an dem wunderschönen weißen Unterleiberl, das er angehabt hat, sieht man zwei so kreisrunde Einstichstellen. Richtig schön wie im Film mit so einem Blutsaum rundherum, links und rechts von der Wirbelsäule, ungefähr so im BWS-Bereich. Ja, sagen wir mal so, da hat sich die Situation schon ein bisschen verändert. Erstens haben wir das Wort Stichverletzung gesagt. Da sind die zwei entspannten Polizisten dann durchaus nicht mehr ganz so entspannt gewesen, weil plötzlich das Wort Messe im Raum war. Und ziemlich viele Leute ziemlich nah an uns standen, woraufhin die relativ zackige Verstärkung angefordert haben und schnell nach draußen wollten. Aber ohne uns, worauf ich versucht habe mit meinem Kollegen, der mit dem Polizisten geredet hat, die davon zu überzeugen, dass sie, wenn sie rausgehen, uns mitnehmen. Aber anscheinend waren diese Gegner dann nicht mehr in der Nähe und die Polizisten waren zwar nervös, aber wir haben sie bei uns behalten können. Und außerdem war ziemlich schnell dann Verstärkung da. Wir haben den Patienten dann auch versucht, relativ rasch rauszubringen, jetzt da nicht gehen, sondern haben ihn dann auf unsere Trage, beziehungsweise mit dem Trageduch dann schnell rausgebracht, weil das war zu verwinkelt, um ihn da rauszutragen. Und haben ihn draußen dann nochmal weiter untersucht. Das Gute war, der wirkte jetzt nicht so, als ob er eine akute Thorax-Drainage braucht. Also der hat jetzt keinen auskultierbaren, draußen war es ja ruhiger Spannungspnoi gehabt. Aber der hat eine Thorax-Stichverletzung beidesseits gehabt. Das hat die ganze Sache natürlich deutlich eskaliert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Sache ist zum Glück ganz gut ausgegangen. Für den Patienten war jetzt kein Schaden. Aber für mich waren zwei Lernpunkte. Erstens, immer auf Safety achten. Aber, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber so richtig klar war das ja nicht. Man kann ja nicht in jede Location irgendwie zuerst mit einer Polizeistaffel reingehen, die alles durchsucht. Hätten wir das irgendwie besser machen können? Habt ihr, während ich euch die Geschichte erzählt habe, an irgendwas anderes gedacht? Und der zweite Punkt, und den werde ich tatsächlich nie vergessen, egal bei was. Ob jetzt beim Trauma in der Klinik oder bei irgendwelchen Patienten, die unklare Probleme haben. Always check the back. Immer, immer, immer den Rücken anschauen. Das werde ich mir wirklich mein Leben lang merken. Und alle Militärmedics werden jetzt denken, ach, so ein Loser. Wir machen ja immer diesen Bloodsweep und rutschen einmal mit den Handschuhen runter. Ja, also das war mein Lerneffekt, wie ich den Bloodsweep gelernt habe. Ganz vor langer Zeit. Okay, das war jetzt der erste Fall. Ich bin super gespannt, wie euch das gefallen hat. Findet ihr das total langweilig? Findet ihr das mega cool? Sollen wir mehr machen, weniger davon machen? Wie sind eure Erfahrungen? Hattet ihr vielleicht so etwas Ähnliches, wo ihr jemanden am Anfang extrem unterschätzt habt? Oder was denkt ihr dazu? Ich bin gespannt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Nerd für Medizin. Ciao! Bis zum nächsten Mal bei Nerd für Medizin.